Hey Internet und YouTube! Zurück bei Lara! Zurück bei Lara, wie erwartet! Das war mit dem Bogen und das war mit dem Pfeil und das war mit Befestigen und Jump! Perfektowitsch! Perfektowitsch! Stolz auf dich! Das kann ich stundenlang machen. Jetzt kriege ich einen Fähigkeitspunkt! Oh shit! Was ist er? Oh mein Gott, was ist denn das für ein Typ? Ja mach das mal! Der da hinten wird nicht beobachtet! Hast du gut gemacht! Schau mal was passiert! Ich bin tot, oder? Ich glaube gegen ihn hilft kein Headshot! Oh doch! Aber er lebt! Meine Rassen sind nusslos! Vielleicht sollte ich lieber die... Stolen! Easy! Ich zeig dir was die kleine Rasse alles kann! Oh ho 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 ho! Oh shit, das war die falsche Takt! Oh, das war die falsche Quicktime Event! Woher soll ich wissen? Das war nicht! Das hasse ich jetzt wieder! Da kann ich wieder herumexperimentieren! Ok, ich geh hin! F! Aber jetzt welche Taste ist? F! Ich hab doch noch einmal! What? Ok, Moment! Ich bin der Name! Au! Einmal hast du gehabt! Mach hin! Mach hin! Ach so! Im gelben! Ok! Ach so! Im gelben! Ok! Ich zieh! Ich zieh! Ich habe vergesst! Ah! Ich hab's vergesst! Oh! Okay, go! Go! Na, das... Das hätten wir gleich erledigen können, wenn ich nicht vergessen hätte. Steig! Schwere Objekte heranzuziehen. Ja, und wie hätte ich das vorher... I don't know. Vielleicht komme ich ja wieder zurück. Nee, das ergibt doch keinen Sinn. Ist das extra, damit man zurückreisen muss, oder hätte ich... Ich hätte wahrscheinlich das vorher schon gefunden, oder? Du Mist. Und was wäre dann die Belohnung gewesen bei ihm? Ha! Fragen über Fragen! Wiktum Henker, jetzt hier, da, du wolltest hier irgendwas, oder? What? Muss ich nicht hier hoch? I think so. Ich steig... Benutzen sie das, oder? Sondern ich würde hier heranzuziehen. Das würde ich ja gerne machen. Jetzt, Freunde. Wenn ich's jetzt... Wenn ich's checken würde. Da gibt's jetzt nur das. Warum würde ich das irgendwo heranziehen? Aha! Vielleicht du? Oh! Okay. Geht doch. Du warst nicht dafür gedacht. Alex! Du Idiot! Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem... Es ist so viel passiert. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job... Hm. Hm? Vermutlich musst du mir da bedanken. Kann ich oben schlafen? Nein. Bis zum Henker. Oh shit. Wo muss ich überhaupt hin? Das Schiff beginnt zu senken. Wir können nicht... Ja, sicher! Was ist da runter, der Idiot? Hey, was? Wow. Dafür müsste ich schon 10.000 Punkte bekommen. Mindestens. Wer hat dir noch Ärger gemacht? Niemand. Das dachte ich mir. Ich stand doch irgendwas mit mir zum Haufen. Aber du! Mir ist aufgenommen, mein Freund. Und zwar im Club der Toten. Okay, das sieht nicht... Das sieht wieder brutzelig aus, oder? Das sieht brutzelig aus. Ich traue mich jetzt aber nicht hier weitergehen. Okay, ich dachte, das wäre wieder... Und da... Oh, okay. So. Okay. So, dann. Bist du hier drin? Komm schon! Komm schon! Bewieg dich, verdammt! Los! Alex! Was machst du, Depp? Bist du das? Lara! Au! Scheiße! Was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachthaken kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hole dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Mit dem Frachthaken. Lara, der Haken ist doch an einer Schiene. Vielleicht kannst du damit die Kabel bewegen, die die Tür ist doch hier. Auf! Ich werde versuchen, das hier zu tun. Okay. Verdammt! Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie herauf, um sie freizukriegen. Upsi! Aha. So weit. So gut. Ah! Es ist irgendwie hier rauf, hier rauf, hier rauf, hier rauf. Ah, hier rüber! Hier ist... Okay. Aber nur ein Stückchen. Nicht zu viel. Ja, ist ja gut. Ich möchte nur wissen, wie ich das genau dorthin bekomme. Because I have no idea. Okay, ich kann entweder so, tut sich wahrscheinlich gar nichts. Okay. 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 Ich möchte nur kurz E drücken. Ah. Mit einem Sprung werde ich es auch nicht schaffen, sage ich mal. Ja, Alex, ich komme noch gleich. Alles wird gut. Ich muss da rauf. Ja, I know. I just don't know. I just don't know how. Ach so. What? Was ist so madness hier? Ich weiß, Alex. Shut up. Wir haben es gleich, Alex. Okay? Ich muss nur... Ich weiß nicht, was ich wieder mache. Shut up, Alex. Shut up. Ich dachte, ich würde der Stahl in dem eigenen Verdammten zufällig... Ich weiß nicht, was ich nicht brauche. Uff. Okay. Geschafft. Toll. Gut gemacht. Alex. Alex. Oh Gott. Ich muss da reinkommen. Alex. Ich hole dich ganz schnell da rauf. Ich muss jetzt nur noch wieder dorthin. Jetzt den Weg freiräumen. Ich weiß, was ich bin das ist die Musik Alex shut up Alex shut up Ja, wie jetzt? Hallo? War das nicht genug? Saft, mein Freund? Ach so. Du steckst fest an dem... Wie? Okay. Ja, Alex. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Rein, aus! Oh, guck ich schon! Du bringst uns nach oben! Ich komm hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit! Nicht ohne dich! Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Hah? Wir haben sie! Die andere zielen auf uns! Geh! Niche! Der Mund hätte es jetzt aber schon sein können. Oh mein Gott, das habe ich mir gedacht. Das ist ja praktisch. Das nenne ich praktisch. Das ist schlecht. Musst du niesen. Kommt schon Lara, wir suchen uns ein Lagerfeuer und dann wird es gemütlich. Jetzt darf niemand mehr sterben. Na komm, geht schon noch. Ein paar Leben noch, bis auf Sam wahrscheinlich. Wir werden alle abkratzen, oder? Ah, Papa in the way. Perfekt. Ist das viel zu lange. Wow, mit Drehung, meine Gute. Ach, hier oben sind alle. Ich geh mal zum Lagerfeuer. Mach mal hier... Fähigkeitspunkt. Fertigkeit. Was können wir hier machen? Töten sie noch kurz im Mist... M-Mist-Tanz. Das habe ich noch immer nicht geschafft. Kämpfer. Ja, gut, der macht das jetzt. Sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Never ever. Aber okay. Okay. Ich bin nicht auf dem Ausrüstung. Na. Was könnten wir machen? Pfff. Exakt niemand kümmert's. Das kümmert auch niemand. Das klingt nicht schlecht, oder? Aber... Machen wir die Splitterkanaten. Wurscht. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke bis zu sehen. Hey, 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 hey. Ich hab's natürlich vergessen. Wie kann ich die Splitterkanaten machen? Sechs Splitterkanaten. Ich auswähle meine Güte. Ich bin nur ganz. Oh, meinst nein. Ich bin nur auf der Kinde. Ich bin nur auf der Kinde. Ich habe zu sehen. Vielleicht können wir die Splitterkanaten giverjätig werden. Vielleicht eine时候. Sechs Stück habe ich. I don't know. Wir sehen uns im nächsten Park wieder. Dann gib es zu sehen. Macht's gut. Tschüss.